Dämliche Gesetze Part 4 In Mecklenburg-Vorpommern gibt es das sogenannte Landesseilbahngesetz. Soweit ja ganz logisch, weil man braucht ja auch ganz klar Gesetze für sowas. Das Dumme an der Geschichte ist nur, dass es in Mecklenburg-Vorpommern gar keine Seilbahnen gibt. Außerdem ist es Elchen in Alaska verboten, auf offener Straße Sex zu haben. Das bedeutet, dass ein Bürger, der das sieht, aber nichts dagegen tut, sich automatisch mitstrafbar macht. Und weil wir gerade in Alaska sind, machen wir mal direkt dort weiter. Wer hier nämlich einen schlafenden Bären weckt, um mit ihm ein Selfie zu machen, begeht ebenfalls eine schwere Straftat.